Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Sie bleiben im Raum, Keitel. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Der Angriff Steiner hat mich verlogen, sogar die SS! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Lübe hielt! Es hat mit denen nur ein Spezpicken Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um da alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganze Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Ich bin der Krieg, unter diesen Umständen zu verraten. Ja,сь mit dem Weiß und in den, ich bin der Krieg wieder verraten. Es war sowas. Entschuldig, mich erinnert. Aber alle diese Verräter mit dem, ich bin der Krieg wieder verraten. ich bin der Krieg ein Meter. Ich bin der Krieg mal, ich bin der Krieg, ich bin der Krieg, in der Krieg wiederverraten. Aber alle diese Verräter sind in dem,